Boah, ich könnte mich wirklich selbst hauen. Er ist gar nicht im Hirschpark, er ist hier unter diesem fucking Kirschbaum. Mann, ich hätte mich selbst hauen können dafür, diese... Das riecht mich... Wieso sind die so schwach? Egal, ist auch nicht wichtig. Jetzt geht's aber zum... Turm. D fueled... Weil ich da jetzt Shadow hole und noch eine Spieler... Oder so gesagt zwei Spieler hole ich mir jetzt. Oh, du gehörst zu meiner Schule. Was? Äh... Er sagte, er hätte mir gestatten, die Farbe, die Welt zu zerstören. Er sagte, er wolle in Microsoft sehr vielstecken spielen. Ah, okay, ich hab den schon längst gefunden, diesen Trottel. Die muss ich jetzt in meine Vierertruppe reintun. Okay. Jetzt muss ich rein. Und da ist er. Ach ja, hier war ich schon einmal. Hier waren zwei Thun. Hier und da unten sind zwei Thun. Nur zur Info. Oh, was willst du? Fußball, hm? Ich kann nur mit Schatten leben, aber trotzdem brauchst du meine Hilfe. Hm, ich mag dich. Du hast keine Angst vor meinen Schattenseiten. Ich schließe mich deiner Mannschaft an, aber pass auf. Hast du dich nicht zu weit in den Schatten wachst? Shadow hat sie dir angeschlossen. Level 45 Okay. Shadow kann man nur, wenn man Thomas und Knight, den die Truppe hat, in den Vierer, dann... ...klappt das auch. Und jetzt müsste da oben Nelly sein. Ja, da ist sie ja. Hallo Mark. Entschuldige, dass ich dich damit so umrufen will. Damit kommt vielleicht etwas plötzlich ab. Ich würde gerne mit deiner... ...mit meinen... ...was? Pass mal als Managerin niederlegen und Spielerin werden. Was denkst du? Wäre es nicht schön, wenn wir zusammen trainieren würden? Ja, du bist einverstanden. Schön. Dann erwarte ich jetzt an... ...dass ich wie jeder andere Spieler... ...äh, ja, okay. Nelly hat sie dir angeschlossen. Sehr gut. So. Also um Nelly in die Truppe reinzubekommen, nicht vergessen, Mary Times über Raimon A. besiegen. Und die Dark Emperor... ...für die Dark Emperor das auch. Also den Mary Times über Raimon A. besiegen, damit kriegt ihr auch Nelly. Okay, damit... ...ich speichere das mal zur Sicherheit. So gesagt, habe ich jetzt damit alles gezeigt. Und... Okay, was kann ich jetzt noch machen? Jetzt kann ich nur das spezielle Ending zeigen. Und in diesem Video zeige ich... ...mache ich in die Verschreibung auch noch, wie man Nakata in die Truppe reinbekommt. Okay, jetzt muss ich nur das spezielle Ending zeigen. Das spezielle Ending... ...ähm... ...zeige ich... ...ähm... ...also ich werde mich jetzt schon verabschieden. In den speziellen Ending werden jetzt nur noch die Cutscenes vorkommen. Ähm... ...nein. Nur das spezielle Ending, was... ...ähm... ...das einläutet. Und... ...wir sehen uns... Also so gesagt, verabschiedet mich jetzt auf... ...auf zu meinen nächsten Projekten eigentlich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich Torch und... ...ähm... ...Belatrix nicht zeige. ...Belatrix nicht zeige. Ihr wisst ja, ihr müsst leveln. Dann habt ihr das auch. Das ist simpel. Ihr müsst einfach eure Attacken leveln. Danach fickt ihr die einfach und dann ist alles geklärt. Und ja... ...ähm... ...die Throneninhalte würde ich ja gerne zeigen, aber... ...geht ja nicht so... Warte mal, Throneninhalte... Den Bus hab ich ja alles, ja. Ich hab hier eins geschafft. Ich hab hier eins geschafft. Hier. Hier, das hab ich geschafft. PowerSurf hab ich bekommen. Und... ...Bar-Effekt. Diese Nummer haben wir. Und Vivenball. Und ja, okay. Das ist das da. Die anderen müsst ihr euch selbst rausbekommen. Ich hab hier in der Beschreibung gemacht, was ihr alles da findet. Nathan Swift und die ganzen anderen findet ihr in den anderen Routen. Da muss man alles durchspielen. Alle Bedingungen machen. Und die Bedingungen sind manchmal so beschissen. Und ja. Ich mach jetzt, äh... So gesagt, das spezielle Ending. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Und ihr hoffe... Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Also, bis zu meinen nächsten Projekten. Tschüss. Okay, ähm... Ist noch nicht vorbei. Ich wollte dir zeigen, wo ich diesen Galaxy-Schuss und dieses Dingsbum alles bekommen habe. Hey, scheiße, Herr Veteran. Aber das wisst ihr schon. Also, was kann ich für euch tun? Also, hier... Kann man das alles kaufen? Verräte-Handschuhe und alles Mögliche. Kaiser-Pingwin 2. Adaflu. Todes-Dreieck. Z-Dreieck. Phoenix. Dreifach-Drucker. Galaxy-Schuss. Bugler-Phoenix. Dreisport. Turbo-Gleiter. Durchschuss. Orkanfall. Team-Schild. Und... Team-Schild? Team-Schild. Okay. Also, hier kann man die ganzen Sachen holen. Wenn ihr das wollt, holt euch das. Das sind alles gute... Dinger. Und jetzt aber verabschiede ich mich. Und wir sehen uns bei meinen nächsten Projekten. Dö-Dö. Was zum... Erinnerst euch! Freunde! Ketten! Spielen wir Fußball! Spielen wir Fußball! Spielen wir Fußball! Spielen wir Fußball! Vielen Dank, Kapten! Spielen! Das ist doch... Unmöglich! Gut gemacht, Mark. Spielen wir Fußball! Spielen wir Fußball! Spielen wirüstet nicht, ihr Russia! Untertitelung des ZDF, 2020 Mark, wir wollten... Mark, du änderst dich wohl nie. Hab ich recht. Da bin ich nicht der Einzige. Ihr habt euch doch auch alle nicht so sehr verändert. Danke, Mark. Auf geht's, Leute. Bringen wir den Fußballklub wieder auf Vordermann. Was? Du verzeihst uns einfach so? Was? Da fragst du noch? Wir sind doch eine Mannschaft, oder? Ich wusste, ihr würdet euch erinnern. Ich glaubte an euch. Wisst ihr... Es gibt wirklich nur einen Mark Evans. So lange es junge Menschen wie sie gibt, ist die Zukunft unseres Landes gesichert. Finden Sie nicht auch? Besonders dieser Mark Evans. Ja, er inspiriert alle in seinem Umfeld. Ein Junge wie er kann wirklich die Welt verändern. Das ist richtig. Ich frage mich, wie er das macht. Nun, er ist wohl einfach der größte Fußballfan auf diesem und jedem anderen Planeten. Da haben Sie wohl recht. Auf geht's, Leute. Spielen wir Fußball. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020